Es ist kein Jahr her, da fand der letzte Genozid an meinem Volk statt, in Gaza. Die Leute sagen, warum Frieden? Wie könnt ihr Frieden verlangen, wenn ihr euren Kampf mit Gewalt ausübt? Das ist gelogen! Das ist eine Lüge! Das ist die Geschichtslüge der Zionisten! Es gibt einen Unterschied zwischen Antizionismus und Antisemitismus. Ich verachte keinen Propheten! Faschismus! Zionismus ist Faschismus! Zionismus ist Faschismus! Wenn ich eine Cola trinke, dann trinke ich das Blut eines toten palästinensischen Kindes. Wenn ich einen Bürger esse, dann esse ich das Fleisch meiner eigenen Mutter. Das geht mir zu nah. Und dieser Sechstagekrieg bedeutete nun einen Wendepunkt. Der Sieg Israels führte zu einer psychologischen Umkehrung und der Fiosemitismus schlug in Antisemitismus um. Poston argumentiert damit, dass es nicht das Leid der palästinensischen Bevölkerung gewesen sei, welches zu diesem Umschlag führte. Und er meint halt, das Leiden der palästinensischen Bevölkerung gab es ja auch schon vor dem Sechstagekrieg. Sondern was zu diesem Umkehrpunkt geführt hat, war der deutliche Sieg des israelischen Militärs. Für die Linke, die den Anspruch hat, sich mit den unterdrückten, schwachen und schutzlosen dieser Welt zu solidarisieren, bot ein starkes Israel eben nicht mehr die geeignete Identifikationsfläche. Der Außenseite unter den Nationen wandelte sich, um in der Diktion der Neuen Linken zu bleiben, zum imperialistischen Brückenkopf der USA. Zu dieser Zeit ist auch ein Zusammengehen von antisemitischen und anti-amerikanischen Ressentiments zu beobachten. Angefangen von der jüdischen Wall Street, die insgeheim die amerikanische Regierung lenkt, bis hin zu der Wortschöpfung U-Israel. In dieser Vorstellungswelt sind die USA und Israel so ziemlich an allem schuld, was an Kriegen und Konflikten seit 1945 passiert ist. Diese häufig verschwörungstheoretischen Erklärungsmodelle sind sehr weit verbreitet und werden zum Beispiel bei den neuen Montagsdemos propagiert. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, U-Israel, die wahren Terroristen bei Facebook und die haben eben 19.300 Likes und verlinkt auch immer regelmäßig zu Veranstaltungen von Montagsdemonstrationen. Was Antisemitismus und Anti-Amerikanismus nun zusammenbringt, ist die Furcht und das Unbehagen in der kapitalistischen Moderne. Amerikaner und Juden gelten als Personifikation der Modernität und vor allem von Macht. Und kennzeichnend für diesen sekundären Antisemitismus ist auch der große Eifer und die große Aufdauer, mit der die Politik Israels ständig und die ganze Zeit mit nationalsozialistischer Politik verglichen oder sogar direkt gleichgesetzt wird. Die Juden oder die Israelis, in diesen aufgeheizten Debatten wird ja auch gar nicht mehr sauber unterschieden. Also die Juden werden sozusagen zu den neuen Nazis und die Palästinenser werden zu den Juden der Juden erklärt. Und mehr noch, in Bezug auf die deutsche Linke zeigt Postone auf, dass dieser Umschlag erst im Zusammenhang mit der deutschen Vergangenheit zu verstehen ist. Er meint dazu, der Kampf gegen Zionismus verwandelte sich in den lang ersehnten Kampf gegen die Nazi-Vergangenheit, befreit von Schuld. Wir werden den Semitentum und zurückerobern müssen. Wir müssen die Begrifflichkeit des Semitentums zurückerobern. Es gibt einen Unterschied zwischen Semiten und Nicht-Semiten. Das ist die Sprache. Das ist eine Volksgemeinschaft. Aber wer kein Semit ist, sind die Aschkanisim. Das sind Juden, die aus der UDSR kommen, aus der Ukraine, aus Polen, aus Deutschland. Das ist 95% des besiedelten Gebietes in Palästina. Das sind die Aschkanisim-Juden. Und sie beanspruchen den Begriff Semitentum für sich. Nein, liebe Leute, da ihr seid keine Semiten. Ihr habt uns diesen Begriff geklaut. Und den hole ich mir wieder. Wir sind die Semiten. Ihr seid keine Semiten. Der Jude ist nicht der Feind der Menschheit. Der Zionismus ist der Feind der Menschheit. Der Zionismus ist der Feind der Menschheit. Der Zionismus ist der Feind der Menschheit. Ihr, die deutsche Gesellschaft, müsst euch endlich davon lösen, dass ihr an allem schuld seid. So ist es nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Folge des Zweiten Weltkrieges. Die Opfer, das ist das palästinensische Volk, aus den Opfern von damals sind die Täter von heute geworden. Das ist eine ganz wichtige Info. Leute, wir wollen jetzt marschieren. Ich marschiere mit euch mit. Du hast eine Geschichte, keine Ahnung. Der Zionismus hat die Juden in Europa ermordet. Du hast keine Ahnung. Der sich die Überлаch machen. Wir wollen jetzt anfänger. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und diese Hassbare Argumente sind die, die richtig auf Rassismus abzielen, beziehungsweise da haben sich wirklich ein paar schlaue, kreative Professoren anscheinend zusammengesetzt und haben sich dieses ganze Ding da ausgedacht und haben das natürlich Hassbare genannt und das ist quasi diese Hassbare Argumentation. Das beschreibt es eigentlich. Das ist vom Talmund. Der Talmund ist quasi der Ideengeber für diese Hassbare Argumentation. Man hat vom Talmund nochmal abgeleitet. Normalerweise beruft sich der Judentum auf die Thora. Allerdings, der Zionist beruft sich nicht auf die Thora, sondern er beruft sich ja auf die weisen Thions, die wiederum auf den Talmund an sich und der Talmund an sich, daraus wurde dann diese sogenannte Hassbare Argumentation abgeleitet. Das größte verschwörungstheoretische Werk, das die Menschheit je hervorgebracht hat und zugleich die Grundlage moderner Verschwörungstheorien, ebenso wie die Grundlage des modernen Antisemitismus, sind die Protokolle der Weisen von Zion. Man könnte sagen, es handelt sich um eine Fälschung, aber eine Fälschung ist ja immer so eine originalgetreue Nachbildung, de facto ist also eher eine Fiktion, denn es gibt ja keine Grundlage dafür, auch wenn natürlich bis heute viele Menschen an ihre Echtheit glauben. Ihre 24 Abschnitte stehen jeweils für eine Rede, die angeblich ein jüdischer Führer vor der Versammlung der Weisen von Zion gehalten hat. Der preußische Beamte Hermann Goetsche veröffentlichte 1868 unter dem Pseudonym Sir John Radcliffe den Roman Bieritz. Bereits zuvor hatte er in seinen Zeitromanen aktuelle politische Entwicklungen immer als Ergebnis einer kleinen mächtigen Verschwörergruppe erklärt. Stets war die herrschende monarchistische Ordnung in Deutschland von Freimaurern, Jesuiten, Juden, Sozialdemokraten oder manchmal durch englische, französische oder gar dänische Agenten bedroht. Sozialpolitische Probleme waren da immer nur vorgeschoben. In seinem Roman treffen auf einem Pariser jüdischen Friedhof alle 100 Jahre die Vertreter der zwölf Stämme Israels zusammen und besprechen die Fortschritte ihrer Verschwörung, das ganze Gold der Welt in die Finger zu bringen. Diese Passage wurde bereits ohne das restliche Buch in den nächsten Jahrzehnten quer durch Europa veröffentlicht und bildet die Grundlage der Protokolle. Rund 40% des tatsächlichen Textes stammen aus Maurice Jolis Werk Gespräche aus der Unterwelt zwischen Machiavelli und Montesquieu, das als satirische Kritik gegen Napoleon III. gedacht war und von der Öffentlichkeit auch so aufgenommen wurde, zumindest wurde er auch deswegen verurteilt. In dem Totengespräch vertritt Montesquieu humanistische und demokratische Ideale der französischen Revolution, während der amoralische Machiavelli seine Machtpolitik gegenüber den nichtsahenden Staatsbürgern erklärt. Die Aussagen Machiavellis wiederum finden sich später dann als jüdische Aussagen in den Protokollen wieder. Natürlich ist auch damals schon das Plagiat sofort aufgefallen, aber er hat leider auch nichts gebracht. Es wird vermutet, dass die Opposition reaktionärer Kreise gegen den russischen Finanzminister Sergej Witte, dessen Reformpläne als jüdische Verschwörung diffamieren werden sollten. Ein möglicher Urheber wäre dann der Pariser Chef des russischen Geheimdienstes, Piotr Ratschkowski. Erste Veröffentlichungen erfolgen 1903 in einer Zeitschrift. Besonders bekannt werden die Veröffentlichungen von Sergej Nilos, der 1905 die Protokolle zum einen mit dem Antichristen verknüpft und damit den finalen Kampf gegen das Urböse betont und zum anderen auch die Freimaurer als jüdische Verschwörung hineinbringt, um die Opposition gegen die Ideen der französischen Revolution zu verstärken. Der russische Zar war so erstmal auch relativ begeistert davon, hat es aber dann später, als es die Fälschung oder die Fiktion offensichtlich wurde, dann auch verboten. 1920 werden sie ins Deutsche übersetzt und wenig später veröffentlicht Henry Ford eine englischsprachige Variante. Bereits 1924 klärt die New York Times über die Fälschung auf, was im Gericht in der Schweiz später bestätigen wird. Sie wirken aber bis heute. So gab es 1992, also jetzt sind wir wieder in fast unserer Zeit, könnte man sagen, in St. Petersburg einen Kongress zu Nilos Ehren, wo seine Verschwörungstheorien nochmal intensiv rezipiert wurden. Und natürlich hat sich auch der Metropolit von St. Petersburg, also so der Oberbischof, wichtige Erzbischof der orthodoxen Kirche dort, könnte man sagen, hat natürlich auch ein Grußwort dazu gehalten. Inhaltlich geht es bei den Protokollen um die angeblichen Pläne des Weltjudentums. Das versucht mittels einer großen Verschwörung im Geheimen die Weltherrschaft an sich zu reißen. Dabei argumentieren die Juden aus einer Sozial-, also die Juden eben in dieser Geschichte so, sozialdarwinistisch mit dem Recht des Stärkeren. Wichtige Mittel sind dabei das Geld und der Zins, womit Länder und Entscheidungsträger in Schuldknechtschaft gebracht werden oder eben einfach bestochen werden. Durch Geld und die Freimaurerei werden wichtige Entscheidungsträger kontrolliert. Spannend ist aber die gefährlichere Waffe der Juden, der Liberalismus. Die Einführung eines allgemeinen Wahlrechts zum Beispiel führt dazu, dass die blinde, dumme Masse regiert. Endlose Debatten in Parlamenten verhindern jede Entscheidung, sodass es zu Krisen und Unruhen kommen muss. Und diese werden auch absichtlich geschürt. Sexuelle Aktivitäten zwischen Jüdinnen und Christen sollen zu einer Bastardisierung und der Zerstörung der gesunden Familie führen. Die Menschen werden mit den absurdesten Ideen gefüttert, wie zum Beispiel dem Kommunismus, obwohl diese Gleichmacherei offensichtlich den Naturgesetzen widerspreche. Jegliche Scheinkämpfe wie eben um den Kommunismus oder um soziale und politische Fragen dienen lediglich dazu, die Gesellschaft zu spalten und Kriege zu entfachen, denn der Streit der Rechtschaffenden erleichtert es dann irgendwann, die Macht zu übernehmen. Der einzige Schutz gegen diese jüdische Weltverschwörung oder sozusagen die Angst der jüdischen Weltverschwörung, was sozusagen ihre Pläne verhindern würde, wäre eine stabile, natürliche Ordnung, eine ganz klare Adelsherrschaft unter der Führung eines starken Mannes. Besonders werden der Papst oder das Oberhaupt des russischen Staates genannt. Schließlich im eher zweiten Teil wird eine faschistische neue Weltordnung beschrieben, die unter einem jüdischen Führer etabliert werden soll. Deren zentrale Momente sind ein Polizeistaat, viel Propaganda, eine strikte Zensur und die Verhinderung jeder Opposition. Der Führer soll so verehrt werden, dass völlige Loyalität und Unterwerfung sicher sind. Außerdem sollen die Menschen gefügig gemacht werden, indem behauptet wird, dass nach einem Endsieg alle geraubten Freiheiten zurückgegeben werden und einschränkende Maßnahmen aufgehoben werden. Zu den zeitgenössischen Elementen gehören die Angst vor dem Bau von Untergrundbahnen in europäischen Großstädten, so als beängstigende Aushöhlung der gesunden Stadt. Das wäre jetzt vielleicht die Angst vor der Metro heute vielleicht nicht mehr so in. Oder die Diffamierung ausgerechnet Japans als Judenstaat, wo man in der Zeit wahrscheinlich alle Juden in Japan in einem Raum hätte sperren können. Aber kurz davor ist eben der russisch-japanische Krieg für die russische Seite negativ ausgegangen. Und woran könnte das gelegen haben, wenn nicht an einer Gruppe von Verschwörern? So absurd die Schrift erscheint, desto größer ihre Wirkung. Adolf Hitler hat sie ausführlich gelesen und setzt sich in meinen Kampf mit den Protokollen auseinander. Gleichzeitig fiel schon damals auf, dass es gerade zwischen der politischen Praxis bei Hitler, den Nazis und auch anderen Faschisten auf der einen Seite und der politischen Theorie, die der jüdischen Schreckensweltherrschaft zugeschrieben wird, auf der anderen Seite eine große Ähnlichkeit gibt. Dieses Phänomen beschreibt beispielsweise 1936 Alexander Stein in »Hitler, Schüler der Weisen von Zion« und 1937 Ivan Heilbutt in »Die öffentlichen Verleumder, die Protokolle der Weisen und ihre Anwendungen der heutigen Weltpolitik«. Auch Hannah Arendt beschreibt in »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft«, Zitat »Die Nazis begannen mit der ideologischen Fiktion einer Weltverschwörung und organisierten sich mehr oder weniger bewusst nach dem Modell der fiktiven Geheimgesellschaft der Weisen von Zion«. Zur Wirkung der Protokolle wäre es mir vielleicht noch wichtig, auf zum Beispiel Daniel Jonah Goldhagens wichtiges Buch »Hitlers willige Vollstrecke« in den 90er Jahren einzugehen, das damals eine Debatte über die Motivation der Täter der Shoah und den deutschen eliminatorischen Antisemitismus ausgelöst hat. Inzwischen gilt es eigentlich weitgehend als Standardwerk. Und daran wird auch nochmal herausgearbeitet, dass dieser Glaube an die jüdisch-kapitalistisch-bolschewistische Weltverschwörung ja nicht einfach nur dahingesagt war, sondern tatsächlich auch ein zentrales Motiv war. Er zitiert dann beispielsweise aus Briefen von Tätern, wo die Täter beschreiben, dass sie eigentlich ja schon mit einer Abscheu morden, aber sozusagen aus moralischen Gründen, könnte man sagen, machen. Also mit dieser Idee, sie befinden sich in einem Wettlauf des Mordens und sie müssen genug Juden töten, damit die jüdische Weltverschwörung verliert und nicht noch mehr Deutsche im Zweiten Weltkrieg sterben müssen. Lass uns doch gleich nochmal zurückkommen. Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Es gibt ja so ein paar unschöne Sachen, die in jüdischen Schriften zu finden sind, wie man zum Beispiel auch mit Nichtjuden umzugehen hat. Das sind ja auch zum Beispiel immer Argumente, die in die Arena geworfen werden. Wenn man halt, sagen wir mal, ja, dort Argumente anbringen möchte. Wie differenziert muss man diese Schriften betrachten? Sehr differenziert. Der Talmud ist nicht das heilige Buch der Juden. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss man ganz, ganz differenziert sehen. Da verteidige ich auch den Judentum. Der Jude selbst ist nicht mein Feind. Niemals ist der Jude mein Feind. Niemals. Der Jude oder der Christ oder der Moslem, die wahren Religionen, sind nicht unsere Feinde. Der Mensch ist unser Feind. Das, was der Mensch daraus gemacht hat, das ist unser Feind. Der Talmud ist menschenverachtend. Die Tora ist wiederum quasi das Testament der Juden. Das ist die wahre Identität, aber nicht der Talmud. In dem Talmud, da gibt es sehr heftige Zitate. Da gibt es sehr heftige Zitate. Ich kann mal nicht wörtlich zitieren, aber ich sage mal sinngemäß, alles, was einem Nichtjuden gehört, darf sich ein Jude sofort nehmen. Das darf der Jude in Besitz nehmen. Das ist der Talmud. Das ist nicht die Tora, wohlgemerkt. Und hat auch nichts mit dem Judentum zu tun. Das muss man wirklich sehr differenziert sehen. Also der Talmud selber hat wirklich solche menschenverachtenden Sachen. Und dadurch rechtfertigen sie ja auch diese teilweise Verbrechen. Verbrechen, die da vonstatten gehen. Hier muss man tatsächlich sagen, der Talmud ist nicht die Tora. Ich rate jedem Juden, der zionistisch veranlagt ist, jedem Menschen, der zionistisch veranlagt ist, zu sagen, legt den Talmud zur Seite und beruft euch endlich auf eure wahre Religion. Geht zurück auf euer Ur-Seins, auf die Ur-Religion und verzichtet auf den Talmud. Der Talmud ist menschenverachtend. Es ist menschenverachtend, andere Menschen einfach zu krepfen. Oder es ist menschenverachtend, einfach Menschen etwas wegzunehmen, nur weil sie meinen, sie sind nicht von dieser Religion oder von dieser Rasse. Das ist beides menschenverachtend. Das funktioniert nicht. Das sind so alles der Zitate. Das muss man definitiv differenziert sehen. Also da plädiere ich auch dafür. Und so weit muss man auch gehen. 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 Und so weit muss man auch gehen.